Wer hat das gesagt? Das hab ich gesagt. Echt? Ja komm, mach mal, mach mal ein Duell. Aber es sieht auch ziemlich witzig aus, wenn man da den Schild da runterfährt und wenn's den runterfährt. Duell, 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 Duell. Wann? Alle hier draußen ordentlich falsch. Jaja, jetzt. Ja, aber wie geht das hier? Ich werde meine robotische Überlegenheit beweisen. Eine robotische Überlegenheit? Ja, macht ihr's? Ja, ich hab schon. Muss schon zurückhauen. Au! Wofür war das denn? Na gut, dann geht's! Es kämpft! Ah! Puch, gewonnen. Toll, ich hab erst jetzt den Branden. Scheiß Waffe, ey. Alter, das ist das Intense Caption. Alter, das ist das Intense Caption. Einfach, brenn zu fallen. Oh yeah! Oh yeah! Ja, was macht der? Der macht gar nichts. Der macht Musik, Alter. Eine Bass-Machine. Brand-Bot. Ich glaub, der macht Feuerschaden bei den Leuten, die ihm dagegen sind. Aber der hat so Flammenflüge wie die Linie. Eine Bass-Machine ist das. Aber wir müssen mal weiter. Wir haben nämlich nur noch, äh, ein paar Prozent Sauerstoff. Äh, so. Da vorne absehen wir uns mal. Okay, okay! Ich bin irgendwo, irgendwo runtergefrogen. Komm, komm nicht mehr hoch. Mach, mach das bloß nicht. Ja, wir müssen ja eh da runter, oder? Oder müssen wir da hoch? Ne, da vorne ist ne Blase. Ah ne, wir müssen da oben hin. Glaub ich. Ah, sehr gut, ich bin raus. Oh! Oh! Oh, ich bin hin. Oh, da liegt schon einer. Ich hol dich. Ich hol dich. Oh, was ist das gewesen? Geile Sache, Alter. Action-Skill. Alter, ich glück schon wieder, ey. Ja, ich hol dich. Nochmal zurück. Ich bin wieder am Leben, bin wieder am Leben. Boah, ich bin einfach zu geschwächt vom Kampfgrundgewicht. Was gibt, was liegt denn hier? Ach, Sauerstoff. Hier kriegt man Sauerstoff. Ja, hier liegen Sauerstoffteile rum, ne? Oder was ist denn das, das blaue? Ja. Luft. Sofort 25% und zwei. Okay, ja. Nehmt das lieber ihr mal. Aber ja, innerhalb der Flase. Hier brauchen wir das nicht. Schnellreiß, oder was ist denn das? Ne, da kannst du diesen Sauerstoff ausmachen. Nein! Oh, was? Sorry, ich bin Glabtrap. Ich baue nur Scheiße. Das wisst ihr. Das ist ein großer Fehler, ey. Du machst echt ein großer Fehler. Nee, Stefan. Du warst nicht gewollt, ja. Ein großer Fehler. Also mal. So, ich glaube da oben ist, oder? So. Huh! Klappt's? Nein! Klappt's nicht. Müssen wir da hinten rein? Kann man die aufmachen? Nein, klar. Da oben ist noch ein. Hui! Hier, oder? Ich habe ein paar Kameras am höchsten Punkt deines Sprungs installiert. Ihr seid zucker. Nur in die Luft katapultieren und irgendwas Motivierendes sagen. Äh. Nochmal zum Mitschreiben. Sag was Motivierendes. Okay. Liebe deine Träume. Alles klar. Cool. Dieses Mal werfe ich auch ein paar Ziele hoch. Knall sie ab bevor du landest. Dann wird das Poster noch besser. Und sag dabei wieder was Motivierendes. Was? Wird mal jemand anders? Ja. Mach mal. Ne, also ich nicht. Ich habe Verzögerungen. Abknallen, ne? Das ist so geil. Schießen du da nicht. Jetzt nochmal. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Also kein Waffe. Warte. Versuchen wir's nochmal. Bla bla. Bla bla. Sehr schön. Jetzt zum großen Finale. Spring in die Luft und krache auf das Druckpad in dem du dich duckst. Dann sag was cooles und mach dabei dein bad assigstes Gesicht. Also wer will. Mushroom. Oh geil. Und da drauf dann. Und jetzt ducken. Ducken. Daneben. Aber du musst auf das Ding hier krachen. Ja auf das Ding landen. Ah. China Ende. China Ende. Sorry wir haben uns leider kein Foto für dich. Ja er gibt Geld. Und ich fick die ganze Money alter. Stell jetzt den Drucker an und schau zu wie er unsere Plakate ausspuckt. Wo ist er? Pass auf. Der Drucker ist. Da drin irgendwo. Da müssen wir wieder reingehen ja. Oder da oben. Mich hätte immer mal interessiert was der Wilhelm gesagt hat. Der hat ja noch nicht so viele Worte gesagt. Was soll denn der sagen? Ich weiß was er sagt. Da steht doch ein Matsch. Guck was er sagt. Guck was er sagt. Das sagt nämlich nichts. Bei den motivierenden Sachen. Oder halt nur ein Wort oder so. Also Drucker an. Alles super. Komm zurück. Jetzt pass auf. Ich will es sehen. Bis sich der andere hat. Wie hat es gegangen? Der hat Verbrennungsmotor. Guckst du mal. Da geht am Limit das Ding. Whatever. Das sieht man aber gar nichts. Seht ihr was? Bla bla. Ja da kommen ehrlich Bilder raus. Aber ich sehe davon nichts. Be true to whatever. Ja okay. Was soll's. Gehen wir mal ab hier. Gehen wir auch mal ab. In den Kameras war kein Film. In den Kameras war kein Film. Oh wir kriegen neue Sauerstoff Dinger. Ich muss mich ausflippen. Wohl Qualität niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. In den Kameras war kein Film. In den Kameras war kein Film. Na das ist immer äh. Unterschiedlich bei jedem. Achso. Warum erfinden wir nicht ein Wort das sich auf Orange reimt? Das habe ich aber auch. O2-Kernisse heile dich jetzt auch. Während sie ein O2 aufrufen. Ah ich nehme aber aus Ober. Weil die Luftboosts kosten mich jetzt weniger. Genau das wäre. Wobei da ist die Kapazität höher. Weiß ich besser. Ich nehme das. Egal. Komm. So. Da gibt es noch eine zweite. Eine Nachfolge-Crash. Und zwar Folge der Stimme deines Herzens. Motivation. Besser als Katzenfotos im Internet. Was? Auf jeden Fall. Was? Besser als Katzenfotos im Internet. Der Kerl den du killen solltest hat gerade einen Stapel Motivationsposter bestellt. Ich hab halt Motivationsprobleme. Begib dich zu seinem Schiff und häng sie überall auf. Hier. Nimm die Poster und den Lieferschein. Okay. Ich bin ausgetrocknet wie ein... Naja ziemlich halt. Ich hab Motivationsprobleme. Wie geil. Wie eindeutig. Ja was müssen wir... Also wir müssen die Plakate aus dem Drucker. Ja. Du musst den Lieferschein unterschreiben lassen bevor du die Poster aufhängst. Okay. Was war das noch? Das war da rüber ne? Neut! Nicht da runter springen! Wir müssen aber dahin oder? Da hängt was. Alles hängt da. Wie komm ich denn dahin? Wir lassen Klämpchen oder würde ich sagen? Ich denke wir müssen da runter und dann einfach... Ah warte mal. Ich versuche mal was. Nein 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 nein. Boah. Nein daneben. Das gibts doch nicht. Ich hab's. Dann kamen diese Militärtypen und haben dort gegraben. Sie wurden gierig und gruben immer tiefer und so'n Scheiß. Bis der Mond aufbrach. Alle starben. Und wenn sie nicht gestorben wären würden sie vielleicht noch leben. Ende. Wie findest du das? Zu wenig Bilder. Ich werd darüber nachdenken. Ich glaube in meinem alten Lager ist noch so'n Buch. Wurde damals von Kragons überrannt die meine... Ihr seid so Bitches. Ja was ist los? Glaubt ihr nicht hoch? Nee. Oh wir hatten... Über das Katapult da hinten hoch. Über den... Ach so. Da bin ich hoch. Machst du ja ein Katapult. Ja da wo ich zweifelaufen bin um das Ding zu holen. Der Liftsprung da. Ah. Wo kommen wir hin? Zu uns rüber auf das... Auf die Dinger da. Ah ja okay jetzt. Einfach schweben und dann äh... Da hat jemand geschlafen. Okay. Das nächste Geschichte. Neko soll da hinten sein. Zu wenig Bilder. Oh ich hab noch Sauerstoff. So dann... Ja das sieht auf jeden Fall gut aus. Mach mal das Ding auf. Mach mal schon. Ui. Da ist noch ne Truhe. Munition. Aus dem Spalt sprang Kragon Flamey. Biss voller Wut die arme Janie. Sie schoss ihr mitten ins Gesicht. Den Schädelknochen fand man nicht. Und? Wie? Das große Bärsten hat Kragons erzeugt? Du machst mir Angst. Schön gesagt. Gutes Feedback. Oh da fällt mir ein. Flamys Sohn schuldet mir ein Leben. Und seines hat er ja noch. Spür ihn auf und nimm es ihm. Verstanden? Alter aber wie bist du drauf? Ah ja. Die ist echt so eng. Heine Tina für Erwachsene. Da kommt Flamys Sohn. Ne Tiny Tina ist krass aber noch. Flamys Sohn. Die ist genauso verrückt ja. Das wäre mal Zeit für einen Kammerjäger X oder? Oh das liegt schon wieder das. Das Amoklau. Oh das ist so scheiße. Ich hab keine Munition. Ich hab echt keine Munition. Weil weg. Aber ich hab das auch den Effekt. Oh das ist schon kacke. Du musst einfach weiter schießen. Es gibt nichts mehr zu schießen Mann. Jetzt ist es fertig Alter. Jetzt hört er eigentlich auf. Jedes Mal wenn du ab sofort marsch peitschig dich gell. Ja da kann ich ja nichts dafür. Das kann ich nicht. Doch. Ey. Ich hab dich schon mal besiegen. Du hast schon keine Chance. Fabi wir sind drauf. Ich hab einen Revolver aufgesammelt. Ich hab keine Munition mehr. Einen Revolver? Hast du einen guten? Da gibt's noch mal ein Echo ne? Da hinten ja. Ich hol's mal. Ich schmeiß mal kurz hin. Ja. Guck mal. Sie trägt den Titel Baby Kragens Abenteuer. Baby Kragens tötete eines Tages mit seiner Mama Flamey aus dem Spalt. Da sahen sie seltsam mit Zweibeine gewesen und dachten sich endlich was zu fressen. Also fielen Baby Kragens und seine Mama über das Lager her. Flamey richtete einen Zweibeiner übel zu und Baby Kragens tötete einen weiteren. Dann rannte Baby Kragens weg wie so ne feige Bitch. Dannes Stück Scheiße. Dass sie uns beschädigt sein oder so. Keine Ahnung. Bringen sie zurück während ich noch ne Story schreibe in der du ein fieses Feuermonster tötest. Oh! Darf ich der Zauberer sein? Nein! Darf ich der Zauberer sein? Ich war nicht! Der Zauberer macht der Handsome Hexer. Wir wissen was passiert wenn er der Zauberer ist. Oh ja. Handsome Hexer. Alles zu sehen in Tiny Tina's A Sword and Dragon Keep. Alles Let's Played auch von uns. So kleiner Programmhinweis. Kleiner Wink. 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 Abschluss. Oh ne erste Elektro Waffe bei mir. Elektro Waffe? Habt ihr auch ne Elektro Sniper gekriegt? Ja. Oh ne Elektro Sniper. Ja. Ne Schock Sniper. Ja. Hocheffektiv gegen Schilder Elektro Sniper. Ja. Ja aber die benutze ich erstmal nicht weil wenn ich Verzögerungen drin hab dann träg ich sowieso nix. Wow das sieht massiv aus. Das Teil hat sogar ein Bayonett drunter. Überragend Fabi. Wie kann man nen Favoritenstern wieder... Ah jetzt. Ich muss es aber Muni holen. Ich habe irgendwie alles verballert warum auch immer. Komisch. Wie? Warum wohl? Ich preise und ich stelle keine Frage. Wenn du an bezahlen denkst. Wenn du an bezahlen denkst. Wenn du an das Verkaufst lass ich dich tütteln. Dann denk an Markus Muniption. Ich flag dich weil ich normal. Alter vergisst dich. So was haben wir jetzt noch für ne Nebenquasht hier? Äh. Folge der Stimme deines Herzens. Genau das war das. Die Paketüberlieferung würde ich sagen. Aber warte ich habe noch ein Skill zu verteilen. Das machen wir nochmal am Anfang. Da geht es ja rucki zuck her. So äh. Wo ist es denn? Hier? Ja genau. Ja dann mach ich einfach den nochmal. Läge ich mit irgendwas davon um meine neue Lackierung? Was hat er gesagt mit der Lackierung? Juhu. Hab ich alles? Ja. Wo lang? Nehmen wir auch mal die Sniper rein. Mal gucken wie die so abgeht. Alle die müssen ja riesig sein auf dem Claptrap oder? Zeig mal her. Naja. Ja. Ja. Die fühlst sich aus. Wenn sie seitlich dran ist ist sie kleiner natürlich aber. Achso das ist die Standard. Warte mal kurz. Beim Ausrüsten sieht sie riesig aus. Ne warte mal kurz. Jetzt jetzt warte mal. Jetzt mach ich es nochmal. Ja wir haben keinen Sauerstoff. Aber du warte es mal. Ne die ist ja Mini. Ist ja Mini. Ja okay egal. Also komm. Ja da vorne sind doch überall Sauerstofffelder. Ich glaub das wird nur um kämpfen könnte das mal eng werden mit dem Sauerstoff. Wollen wir es dann mal verplant oder so. Können wir da rüben. Rüber müssen wir ne? Da wo irgendwo. Da wo der Mushroom geschäst. Nein. Weil da überall die Lava. Meinst du die Lava macht Schaden? Wer will jetzt mal testen? Claptrap. Oh da unten oder was? Mushroom komm. Das ist eh schon mal reingesegelt. Ja ich glaub das wollen wir nicht rein. Auf lauter Map ist das kein begehbarer Ort. Da droppt auch überall so Sauerstoffzeug ne? Da gehts nicht lang. Wir müssen glaub da rüberspringen oder? Ups. Hui. Oh das ist nahe zu. Das ist ein bisschen. Ah ne es reicht. Hey man kleidet echt weit. Echt? Reicht. Einfach nochmal nochmal so ein Doppelsprung. Ah ja. Es ist gefährlich. Mach schon stirbt. Ahhhh. Bei mir hat es nicht gereicht. Ich bin tot. Der Marschon ist in der Suppe gelandet. Alter habt ihr mal bei der Sniper gezoomt. Das ist so ein amerikanisches Ding. So ein Stern und so Ding. So wie so ein Körn. Wir müssen doch irgendwie dahinter oder? Ja ich glaub wir müssen hier rechts landen. Meiner kürlische Zeit erzeigen. Da wagen wir mal auf den Mushroom. Wir müssen eh ins nächste Gebiet gehen. So wie es aussieht. Ah die Schilder sehen eigentlich ganz geil aus. Me ich schwein dir nicht. Da schaut der Hut drüber raus. Ja bei dir schaut auch die Pommelmütze raus mein Freund. Aber echt. Aber bei dir sieht es viel schlimmer aus. Ja da ist der ganze Hut. Dem Hut geht es nicht so gut. Ach. Liebes wo ist denn der Arnold? Da komm da komm. Gehen wir schon mal. Er wurde gewaschen und gereinigt. Aber ja. Die Erinnerung bleibt mir ewig. Da kommt was. Bam. Bam. Oh Sauerstoff. Da hat einer schon Stufe 5. Ah ich auch. Der Nächste auch. Ah das ist sogar ein Autosniper. Ich schieße immer nur einmal. Sau starke. Habt ihr es gesehen? Was? Was sollen wir gesehen? Wir müssen mal ehm. Springen und über dem dann ducken. Dann knallt man ja so. Ja ich weiß. Das ist die neue Fähigkeit. Das kann man dann. Oh ich kann nicht. Hä ich kann mich nicht ducken. Wurscht ducken. Aber ich kann mich nicht ducken. Auf C. Warte mal ich muss es umstellen. Auf C. Ich würde es auf Steuerung haben. Warte. Oh Gott. Wäre es besser wärs. Aber hauptsächlich weil er ein Blödmann ist. Ja ja Blödmann ist. Ich muss es kurz umstellen. Steuerung. Ääh. Taschenzuweisung. Ääh. Ducken. Bla. Steuerung. C. Da kommt was. Woh. Wie sieht ein Claptrap aus wenn er sich duckt? Einfach nur tiefer gelegt genau. Das ist großes. Duck dich mal. Ja jetzt bin ich duckt. Ich brauche keinen Unterschied. Nein. Kaum. Ich kann das Rädchenschwert ein bisschen rein. Heiß Sauerstoff geht zur Neige. Das sind doch über Sauerstoffflaschen. Müsste halt aufnehmen. Die Sniper ist echt stark. Kann man nichts sagen. Ja die ist echt super. Deswegen immer schön Nebenquests machen. Da gibts am Anfang ganz coole Gegenstände. Alles Sniper. Das mach ich. Das mach ich weg. Du musst Elpis verlassen. Bald wird hier alles noch schlimmer. Ich will dich nicht töten wenn es nicht sein muss. Nein ich werde bezahlt um dich zu killen. Und das tu ich. Bitte. Ganz wie du willst. Ich mach bald keine Mutti mehr. Ich mach bald keine Mutti mehr. Du musst die Kammerjäger töten die auf dein Schiff wollen. Verpiss dich Sarp. Ich lass mir doch von keiner Tussi was befehlen die mich eingebuchtet hat. Sie sagten deine Strompads sind dämlich. Ich werde sie verlischen. Wie er seine Meinung einfach ändert. Das sagt es nicht. Der hatte bestimmt sehr hohen Intelligenzkotient. So. So. Wir können noch einen gewaltigen Skillpunkt verteilen. Oh ja das machen wir auch grad noch an. So. Perfekt. Gegen die Gegner bringt es noch nicht so viel. Dieses Zettelchen mit der Granate bedeutet es dass unser Sprungding jetzt aktuell eine Granatenfähigkeit ist. Oder wie. Alles vom Schaden her. Ähm. Vielleicht weil wir. Leider nein. Keine Ahnung. Wir haben so Schmetterschaden. Ja ja ich denk mal das ist. Oh da kommt was. Oh. Badass. Ja ich hab ihn angelockt. Badass. Dann nehmen wir auch mal die Sniper rein. Dann gehts vorwärts. Na ja irgendwie nicht. Ich lass mal meinen Kammerjäger Echse mal weg. Ich glaub ich besser. Cool. Lass doch ab. Aber es ist echt krass dass äh von der Lautstärke her wenn man hier draußen ist eigentlich nicht so krass ist ne. Mensch. Geh nochmal weg. Kaboom. Nächster Badass. Ah da kommt ein kleinere wieder raus ne. Waaah. Scheiß. Da war keine Muni mehr mit dem. Da musst du echt aufpassen wo du entsprängst gell. Ich hab mal ne Granate. Oh ich liege. Ja ich komm ich komm ich komm. Ich bin der Heilbot. Ich bin der Heilbot. Ich bin der Heilbot. Ey ihr müsst mich das machen lassen ne. Ich bin der Heilbot. Dann kriegt der Heilbot. So ein springendes Nix. Oh ich liege schon wieder. Ich konnte nix machen. Ja ich mach das. Ich bin der Heilbot. Fuck. Ich hab's ja erst am Anfang geskillt. Aber das wird schon noch. Oh fuck ey. Ich bin jetzt ja gleich selber tun wenn's so weiter geht. Jetzt flieg ich. Äh irgendwas töten was klein ist. Da. Geh doch. Oh es kommen immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Ja die werden halt immer kleiner. Die spucken immer kleinere aus. Das ist. Das hab ich schon gesagt ja. Ja ich weiß. Ich hab's nur nochmal wiederholt. Für die. Für die. Tauben. Die. Dummen. Was? So süße. Ja. Hier gibt's Heilung. Ja. Ja.